ja was soll ich sagen da will man ein kleines Video machen und was passiert der Hund kommt rein Winnie, komm mal her komm her, Schatzchen, komm her komm her, komm her ja, wir werden nicht komm her oh, Moment das ist mein kleiner Mann guck mal die Kamera dazu das ist mein Winnie das ist mein ganz ganz lieber Teebeterrier und den muss man einfach nicht rüber mm er hat keine Geduld okay, ja es sollte eigentlich ein anderes Video werden aber gut, in Ordnung wenn der Hund meint dann muss ich jetzt hier rum schniffeln und bevor der mir jetzt noch gleich zwischen den Füßen rum rennt mach ich's kurz äh bis bald Winnie die aus bis bald bis bald Vielen Dank.